Herzlich willkommen zu unseren CopterUni Masterclass-Vorschau-Videos. Wir werden euch hier einen kurzen Einblick in die Inhalte unserer Masterclass-Kurse geben. Herzlich willkommen zu diesem Kurs über die M300. Ich bin Jan von der CopterUni und du bist Tom von Glowflot. In den Masterclass-Kursen erfahrt ihr alles über die jeweiligen Drohnenmodelle. Der große Vorteil besteht darin, dass ihr die Videos immer wieder ansehen könnt und die Lerninhalte in eurem eigenen Tempo abarbeiten könnt. Ihr erkennt hier Vertiefungen, ihr erkennt hier Nasen und ihr erkennt vor allem hier diese Anschlussleiste. Das heißt, ihr habt dann einfach einen Streifen durchs Bildtuch, der leicht höhere Temperaturen hat. Dann sind meine Überlappungseinstellungen aber immer auf den Nullpunkt bezogen und ich habe oben drüber auf der Fläche, die ich eigentlich mappen will, eventuell zu wenig Überlappung. Das ist alles noch viel schöner, viel detailreicher modelliert. Man sieht hier tatsächlich auch noch die Schrift auf der Folie. Es ist bitte nicht so, dass ihr ganz hoch senkrecht über euch seid und dann erst in den senkrechten Sinkflug geht. Da ist das Gefährdungspotenzial im Falle eines Engine-Fayers doch deutlich größer. Wir bedanken uns herzlich für euer Interesse an den CopterUni Masterclass-Kursen. Solltet ihr noch Fragen zu den Kursen oder Anregungen haben, zögert nicht, euch bei uns zu melden.